Die französischen Luftstreitkräfte sind eine der fünf Teilstreitkräfte des französischen Militärs. Mit rund 55.000 Angehörigen ist die französische Luftwaffe die zweitgrößte Teilstreitkraft Frankreichs. Geschichte Die Armee de Lerre ist eine der ältesten Luftstreitkräfte der Welt. Ihre Anfänge reichen zurück bis ins Jahr 1909 formell bis 1912, als die neu geschaffene Aeronautik-Militär in die Streitkräfte eingegliedert wurden. Sie hatte zu Beginn des Ersten Weltkriegs 132 Flugzeuge. Mit Gesetz vom 2. Juli 1934 wurde sie eine eigenständige Teilstreitkraft. Im Mai 1940, als die Wehrmacht den Westfeldzug begann, hatte sie über 5.000 Flugzeuge, darunter 2.400 Jagdflugzeuge, 1160 Bomber und 1464 Aufklärer. Am 10. Mai 1940 war nur etwa ein Viertel der verfügbaren Ressourcen der Armee de Lerre an der Front im Einsatz. Die Koordination der Kampfführung zwischen ihr und den kämpfenden Bodentruppen war völlig unzureichend. Bei entscheidenden Kämpfen spielte die Armee de Lerre keine Rolle, Als eine deutsch-französische Kontrollkommission nach dem Waffenstillstand von Compiègne im unbesetzten Frankreich 4.268 einsatzbereite Flugzeuge vorfand, erhob sich die Frage, warum nur so wenige von ihnen eingesetzt worden waren. Offenbar hatte die Armee de Lerre sich auf eine längere Kriegsdauer eingestellt und nur eine Teilmobilisierung gemacht. Organisation Die französischen Luftstreitkräfte gliedern ihre Einsatzkräfte in sieben große Kommandos. Kommandos Communtment de la Defense Area des Operations Area in Tavernie, verantwortlich für die nationale Luftraumüberwachung aber auch der Leitung aller laufenden Luftoperationen. Das Kommando verfügt über keine eigenen Luftfahrzeuge. Communtment des Forces Area Strategie Quas in Tavernie, Verantwortlich für Kampfflugzeuge für den Nuklearangriff sowie für die Luftbetankung. Das Kommando erhält den Befehl zum Angriff mit Nuklearwaffen direkt vom Oberbefehlshaber der Armee, dem Präsidenten der Republik. Kommandos de la Force Area de Combat in Metz Verantwortlich für alle Kampfflugzeuge für die konventionelle Luftverteidigung, Luftbodenunterstützung und Aufklärung Kommandos de la Force Area de Projection in Villa Koblay Verantwortlich für alle Verbindungs- und Transportflugzeuge Kommandos de la Force Area des Systems Deserveillance, den Formation ED Communications in Villa Koblay, verantwortlich für die Luft- und Bodeneinheiten zur Luftraumüberwachung und Informationsübertragung. Kommandos des E-Coles DL-Armee de Ler in Tours Verantwortlich für die Grundausbildung und weitere Ausbildung des Personals der Luftstreitkräfte. Kommandos des Forces de Protection ED Securite DL-Armee de Ler in Dion Verantwortlich für alle Infanterieeinheiten der Luftstreitkräfte sowie der Einheiten zur Feuerbekämpfung. Neben diesen zwei großen strategischen und den fünf weiteren Kommandos, sind die französischen Luftstreitkräfte in eine übergeordnete Organisationsstruktur nach zwei Region-Serien eingeteilt. RA-Nord und RA-SUD Die Stützpunkte sind in diese Struktur eingebettet. Alle aufgeführten Kommandos und Einheiten sind dem Chef-DL-Eta-Major DL-Armee de Ler und seinem Stab in Paris unterstellt. Die fliegenden Einsatzverbände auf den Stützpunkten bestehen ähnlich denen anderer Luftstreitkräfte wie der deutschen Luftwaffe oder der United States Air Force im Allgemeinen aus drei organisatorischen Ebenen. Eskadre, Geschwader Ihnen unterstehen die fliegenden und die sie unterstützenden Verbände. Diese Ebene wurde Anfang der 1990er Jahre abgeschafft, sie wurde 2014 wieder eingeführt. Group, Regiment und Eskadron Verschiedene Bezeichnungen für die Organisationsebene zwischen Geschwader und Staffel bzw. die operative Organisation auf einer Basis Ihnen unterstehen im Falle der fliegenden Verbände lediglich die jeweiligen in der Regel zwei bis drei fliegenden Staffeln. Die Unterstützungsbereiche unterstehen Ihnen nicht. Die am meisten gebräuchlichste Bezeichnung ist die Eskadron. Die beiden übrigen existieren heute eher selten. Group gab es insbesondere vor der internationalen Harmonisierung in Folge der NATO-Gründung 1949. Eskadrele Staffel Die unterste permanent existierende Organisationseinheit Das Personal der französischen Luftstreitkräfte umfasst 65.000 Männer und Frauen 10% Offiziere, 55% Unteroffiziere, 25% Militäres-Technischen Stelär, 1% Freiwillige Wehrdienstleistende und Offizieranwärter, 9% Zivile Angestellte. Folgende Verwendungsbereiche werden in den Luftstreitkräften abgedeckt. Begleitmannschaften Prüfungskommissare Stützpunkte Die Stützpunkte der Luftstreitkräfte beherbergen nicht zwangsläufig Kampf- oder Transportflugzeuge. Die Radarstationen B. León-Mund-Verdunnt-Drachenbrunn C.I.N.Q. Masla-Peil Nais-Mund-Angel dienen der Luftraumüberwachung sowie der Leitung des militärischen Luftverkehrs. Andere Standorte dienen als Materiallager oder als Kommandoposten. In Ausland und Übersee wird die Ausstattung an Luftfahrzeugen und Bodendiensten den jeweiligen Einsätzen angepasst. Transportflugzeuge in Dushanbue Kampfflugzeuge in Nijamena Die Stützpunkte sind nummeriert, wobei die größeren Basen den Präfix bar und die kleineren Stützpunkte den Präfix darführen. Ausrüstung Die Armee D-Lehr verringert bis 2015 die Zahl ihrer Luftfahrzeuge auf 700. Dies wird 300 Kampfflugzeuge, 100 Transportflugzeuge, 80 Helikopter und 200 Schulflugzeuge beinhalten. Damit verbunden ist eine Regeneration des Luftfahrzeugpacks unter anderem durch die Einführung von Rafale und A400M. Hinzu kommen werden auch eine Reihe unbemannter Systeme für Aufklärung und Waffeneinsatz. Flugzeuge der Armee D-Lehr sind unter anderem die des O-Rafale, die als Ersatz für die Flugzeuge des Types Jaguar, Mirage F1 und einige Mirage 2000 zur Zeit zuläuft. Die Jaguar und die Mirage F1 sind bereits ausgemustert. Die Mirage 2000 werden reduziert werden, für deren vollständige Ausmusterung soll noch ein Nachfolgeflugzeug gebaut werden. Als Nachfolger gilt ein UAV mit umfangreichen Luftbodenkapazitäten als wahrscheinlich. Für einen möglichen Kernwaffeneinsatz sind Mirage 2000 N-Bomber vorgesehen. Dann wird er das vorgesehen, Ausgemia 2000 N-Bomberneim handout. Danke schön.